Unter den Linken Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Menhoff Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Unter den Linden, hier direkt vom Brandenburger Tor. Ja, es sollte ein Kandidat jenseits des Parteienstreites werden, so hatte man es uns angekündigt. Und mit Joachim Gauck, so hat man uns vor und nach der Nominierung gesagt, sei der auch gefunden worden. Gemeinsam, Union, SPD und Grüne haben uns das noch gestern Abend erklärt und keine 18 Stunden später geht es auch schon los. Und es zeigt sich, dass es eben doch offenbar diese Nominierung auch sehr stark von politischen Winkelzügen bestimmt gewesen ist. Ja, was bedeutet jetzt dieser vermeintliche Sieg von SPD und Grünen und Bild-Zeitung für diese Republik? Was bedeutet es für die Kanzlerin? Was bedeutet es für die schwarz-gelbe Koalition? Ja, viele Fragen, für die ich mir zwei politische Urgesteine eingeladen habe, die wunderbar und frei von der Leber weg hier diese Dinge bewerten können und auch einschätzen können. Beide waren Wahlmänner bei der letzten Bundesversammlung. Und ich begrüße, sage ich jetzt einfach mal, das soziale Gewissen der SPD. Rudolf Dressler, herzlich willkommen. Und dem sozialen Gewissen der SPD gegenüber sitzt das konservative Gewissen der CDU. So sage ich das jetzt mal, Jörg Schumpf, herzlich willkommen. Herr Dressler, wir haben uns ja alle an diese wunderschönen Worte jetzt gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass das ein toller Akt der überparteilichen Findung eines gemeinsamen Kandidaten war. Ist nicht die Wahrheit, dass von vornherein es bei dieser ganzen Frage um ein Thema ging, nämlich um politische Machtspiele? Das ist zweifelsfrei zu bejahen. Das war so. Es war eine Machtauseinandersetzung. Gleichwohl sage ich, ich glaubte bis gestern, es hätte die Vernunft überparteilich gewonnen. Und heute geht das Theater wieder von vorne los. Da wird Politik mit leben müssen. Ich hoffe, dass es dem Kandidaten nicht schadet, weil wir jetzt eine starke Persönlichkeit brauchen, die so getragen wird, wie es gestern beschlossen worden ist. Und da haben alle parteipolitischen, ich sage mal, Wunschträume, ich möchte jetzt den Finger heben und ich bin der Sieger und du bist der Verlierer, zurückzutreten. Wenn jemand gewonnen hat, dann war es gestern Nachmittag für mich die politische Kultur, von der ich glaubte in den letzten Tagen und Wochen, sie sei ein Stück weggerutscht. Und jetzt hat sie gewonnen und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie auch Sieger bleibt in dieser Auseinandersetzung. Und all die Korinthenkacker, die jetzt anfangen, das kaputt zu reden, die sollte man, finde ich, parteiübergreifend zur Raison führen. Da reden wir gleich drüber, wer das macht und wer aus welchen Gründen das macht. Für uns alle überraschend war die Meldungslage gestern über den ganzen Tag. Also den ganzen Tag über hieß es, es gibt eigentlich viele Kandidaten, dann gibt es nur noch zwei, dann gab es plötzlich nur noch Herrn Gauck. Und ganz zum Schluss hieß es noch, die Kanzlerin würde ihm niemals zustimmen und dann hat sie es doch gemacht. Wie, nach welchen Kriterien ist so ein Auswahlverfahren eigentlich sinnvoll? War das jetzt, nochmal darauf betrachtet, reine Machtpolitik? Das heißt, die Kanzlerin musste einer anderen Macht, einer anderen Machtkonstellation weichen? Oder ging es auch noch irgendwie in irgendeiner Frage um die Qualifikation? Ja, zunächst mal im Ergebnis können wir sagen, es ging um die Qualifikation, das hätte man nicht Herrn Gauck. Und das ist doch mal das Positive. Nur der Weg dahin, da war etwas arg mit Pflasterstein behaftet. Und auch dadurch, dass natürlich in diesem Fall von Sigmar Gabel gesagt wurde, wer nicht infrage kommt. Er hat gesagt, die, die, die kommen nicht infrage. Mitglieder des Kabinetts, die politisch in besonderer Weise herausgewogen sind. Ich darf daran erinnern, nachdem Köhler zurückgetreten war, war eine Bedingung, jetzt wollen wir einen Namen aus der Politik, weil der so schnell zurücktritt. Das war ja auch mal vor zwei Jahren etwa, als er gewählt wurde. Also von daher gesehen habe ich das richtig verstanden. Und ich finde, das Ergebnis sagt, man hat doch die Vernunft gesiegt. Eins ist klar, und die Häme war ja heute unüberhörbar, der Kanzlerin zu sagen, nun wird der doch gewählt, den du beim letzten Mal abgewählt hast, das kommt doch mit. Das hat mich an Sandkasten erinnert. Haust du meine Freundin, haue ich deine Freundin oder so. Schade, aber ich glaube, es ist jetzt erledigt und es wird gewählt. Und das Entscheidende ist doch, wenn Gauck ein so überzeugendes Wahlergebnis bekommt, wie jetzt die allgemeine Politik erörtert wurde von den Wahlmännern und Wahlfrauen, da ist das Thema erledigt und er hat einen guten Start. Und das wünsche ich ihm von Herzen. Das finde ich ganz spannend, dass Sie das so gelassen sehen, weil ich finde es überraschend, aus Unionssicht es so gelassen zu sehen. Denn erkennbar war doch, dass der Kandidat Gauck einmal ins Rennen geschickt wurde, um den Kandidaten Wulff zu verhindern von der Sozialdemokratie. Denn auf den ersten Blick, während, da frage ich auch Herrn Dressler gleich nochmal dazu, auf den ersten Blick würde man nicht auf die Idee kommen, dass Rot und Grün sich ausgerechnet für Herrn Gauck als Kandidaten entscheiden, weil er nicht unbedingt bisher dadurch in Erscheinung getreten ist, dass er besonders sozialdemokratische Positionen vertreten hätte. Also, welche Funktion hatte eigentlich dieser Kandidat? Vielleicht möchte Herr Dressler doch gleich antworten. Also, ich war ja nun Wahlmann. Ja. Innerhalb der Sozialdemokratie. Und mir ist es auch nicht schwer gefallen, Herrn Gauck zu wählen, weil ich keinen Parteimann serviert bekommen wollte. Sondern ich wollte jemanden serviert bekommen, der imstande ist, über die Elemente der politischen Orientierung hinaus Menschen zusammenzuführen. Das heißt, jemanden, der auch meine Meinung nicht unbedingt teilt. Oder ich seine nicht. Das ist aber heldenhaft. Das ist selten in der Politik. Ja, sicher. Aber wir haben so viel Glück mit unserem Präsidenten gehabt, dass man heute sagen kann, fast alle haben dieses geschafft. Und Gauck war jedenfalls der ganzen Erscheinung nach eine Persönlichkeit, von der man erwarten durfte, die schafft es auch. Für mich war das Herr Wulff nicht. Aber geschenkt jetzt. Er hatte eine andere Mehrheit. Und es ist nun gekommen, wie es hätte nicht kommen dürfen. Tatsache ist nur, ich habe keine Kritik an Frau Merkel zu üben. Wenn man feststellt, Frau Merkel hat in diesem Machtkampf offensichtlich nicht obsiegt, dann sage ich, Frau Merkel hat die politische Größe gestern gehabt, zurückzustellen, über ihren Schatten zu springen und etwas mitzumachen. Das heißt, den Laden wieder zusammenzuführen. Und dieses bedarf eines Komplimentes und nicht einer Kritik. Ich möchte heute mal, weil Sie so sagen, Herr Dressler, auch meine persönliche Geschichte der letzten Bundestagswahl, ich war auch Wahlmann, erklären. Ich habe öffentlich gesagt, ich bin für Gauck. Zu einem Zeitpunkt, als meine Partei für Wulff war. Und dann hat Ingmar Gabel für mich einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Er hat nämlich gesagt, wir werden bei dieser Wahl zeigen, dass Merkel keine Mehrheit mehr hat. Und in dem Augenblick, wo das so instrumentiert wurde, habe ich Christian Wulff gewählt. Weil ich gesagt habe, wenn das so ist, dann machen wir das auch so. Von daher gesehen, hoffe ich, jetzt ist ja die Sache entspannter sozusagen. Aber dann wird deutlich, dass dieser Vorschlag immer versucht wurde, Parteipolitik zu instrumentieren. Obwohl ich glaube, dass der Bundespräsident, wenn er diese aufgenommen hat, vollkommen egal, wer es bisher war, sich davon freigemacht hat. Und dann sollten sich die Parteiführer davon auch freimachen. Und da stimme ich Ihnen also voll zu. Also haben wir schon mal so weit, glaube ich, Konsens. Also natürlich war das eine machtpolitische Frage, ob man den Kandidaten durchsetzt oder nicht. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und deshalb mal die nächste Frage wieder an Herrn Dressler. Was gefällt Ihnen denn jetzt inhaltlich an Herrn Gauck am besten? Ich frage jetzt mal ein bisschen provokant. Freiheit ist der große Begriff, den er nach vorne bringen möchte. Das ist ein großes Thema. Und eine Freiheit, die er in verschiedenen Ausführungen, kommen wir auch noch näher dazu, doch sehr stark eher an einen Liberalismus anlehnt. Der Begriff Solidarität ist da relativ selten zu hören. Sind Sie ganz sicher, dass Sie in der Sozialdemokratie nicht vielleicht einen Kandidaten auch hätten finden können, dem der Begriff Solidarität näher ist als der Begriff der Freiheit? Durchaus denkbar. Für mich ist aber Freiheit ohne Solidarität oder umgekehrt überhaupt nicht denkbar. Das ist eine Frage, wie man das interpretiert. Für einen Konservativen ist der Begriff Freiheit genauso elementar. Auch für einen Liberalen übrigens. Also ob links oder rechts, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, Gauck hat sich für dieses Thema Freiheit entschieden. Und in all seinen Facetten reichen ja vier Jahre Bundespräsident gar nicht aus, dieses Thema in Deutschland zu platzieren. Dazu müsste er ja acht Jahre Zeit haben, mindestens. Und das bedeutet, wer ihn jetzt kritisiert, er sei zu einseitig, der ist für mich mit dem Thema Freiheit jedenfalls noch nicht sehr intern und ausgiebig umgegangen. Freiheit zu sagen, also den Begriff Freiheit zu nehmen und zu sagen, das ist ja zu eingeengt, also der hat meiner Meinung nach die politische Palette und auch die Geschichte Deutschlands wenig begriffen. Ja, aber das Spannende ist ja, dass er den Begriff Freiheit vor allen Dingen mit dem Begriff Verantwortung kombiniert. Und das ist, ja gut, Sie sagen beide ja. Ich erinnere mich hier an Diskussionen auch an diesem Tisch, wo die Frage von Verantwortung und Eigenverantwortung und Freiheit durchaus auch, sagen wir mal, aus dem politisch linken Lager eher kritisch gesehen wurde, weil man damit beispielsweise Herr Bahr auch, also der derzeitige Gesundheitsminister, ja auch beispielsweise die Selbstbeteiligung im Gesundheitswesen als Verantwortung und Freiheit begreift. Also kommt da jetzt ein Stück Liberalismus wieder über den Bundespräsidenten? Herr Bahr ist aber nicht der Präsident. Nein, ich glaube, es kommt etwas ganz Elementares rein, was Gauck aus seiner Biografie heraus erklärt, die Bedeutung der Freiheit. Wir haben das doch immer selbstverständlich genommen wie Luft zum Atmen. Und zur Freiheit gehört, dass man sich auch erwerben muss, um sie zu besitzen und sich darum auseinandersetzen muss. Wir müssen uns auch in diesem Auseinandersetzen in der Informationsfreiheit. All die Fragen hängen damit zusammen. Und sie zu verteidigen. Und sie zu verteidigen. Ein so breites Feld. Von daher gesehen finde ich es gut, dass Herr Gauck gesagt hat, das ist für ihn ein zentrales Thema, denn aus der Freiheit kommt die Verantwortung, aus der Verantwortung kommt, dass man die Chancen bekommt. Und dann kommt das Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. All das hängt damit zusammen, dass man die Freiheit nutzen kann und die einem innewohnenden Fähigkeiten auch entwickeln kann. Also von daher finde ich das ein sehr wichtiges Thema. Solidarität zum Beispiel braucht Freiheit. Freiheit. Ich stelle die Frage deshalb bewusst so, weil es für den Betrachter zunächst einmal ungewöhnlich ist, dass der Herr Gauck, ich sage es nochmal, der Kandidat dann war des politisch linken Lagers. Und aber eigentlich... Die Linkspartei, die Linkspartei, linke Lager lehnt ihn, ja komisch ab. Da kommen wir auch noch zu. Das hat ja auch Gründe. Vielleicht sogar nachvollziehbar aus deren Sicht. Dass dieser Kandidat nicht von Anfang an eher ein Kandidat des bürgerlichen Lagers war, ist doch die eigentliche Überraschung an der Geschichte. Also mich hat es vor 20 Monaten gewundert, dass die CDU ihn nicht genommen hat. Genau. Die FDP hätte ihn nicht akzeptiert. Damals schon. Ja. Und die CDU hat es nicht gemacht. Aber das ist das Geheimnis, was die CDU nun vertreten muss. Aber er war Wahlmann der CDU. Ja, es hat ja mehrere CDU-Leute gegeben, die sich für Gauck entschieden haben. Aber da muss doch... Es gibt doch immer vorher diese wunderbaren Runden, wo möglichst versucht werden, alle eingeschworen zu werden. Da wird man Ihnen doch irgendwelche Gründe genannt haben, warum es Herr Gauck nicht werden darf. Nein, warum es Gauck nicht werden darf, sondern warum es Wolf werden muss. Damit ist klar, warum es... Es ging... Der CDU ging es nicht um Gauck, sondern der CDU ging es um Wolf, das für Wolf die Mehrheit ist. Und nachdem er sich so zugespitzt hatte... Ich gehe mal so raus, wenn man das alles ganz anders angefangen hätte, damals, wären möglicherweise auch andere Lösungen gewesen. Aber das war nicht möglich. Von daher gesehen ging es jetzt damals um die Frage, wie können wir unseren Kandidaten durchsetzen. Und dass wir jetzt sozusagen vor einer Neuwahl stehen und Gauck jetzt gewonnen hat, ist eine Ironie der Geschichte. Nicht, aber zu sagen, dass deswegen alles andere vorher falsch war. Ich will einen Punkt sagen. Ich habe mit meinen Kindern diskutiert. Meine älteste Tochter ist 51 Jahre alt. Und ich sage, der Wolf ist noch ein bisschen jung. Was ich da von meinen Kindern gehört habe, die haben gesagt, du denkst immer nur, die Alten können das. Nein, jetzt, 50 Jahre ist nicht mehr jung. Und so weiter und so fort. Eine lebhafte Diskussion. Und die Diskussion müssen auch stattfinden. Dann nochmal die Frage, Gauck steht auch für einen Zeitraum der Geschichte dieser Republik. Sehr stark inhaltlich deshalb ja auch mit dem Freiheitsbegriff verbunden. Sind wir da nicht 20 Jahre nach der Wiedervereinigung ein Stück drüber weg? Brauchen wir diese Diskussion nochmal? Und damit sind wir auch bei dem Punkt, die Linken haben Gauck jetzt als den Präsidenten der kalten Herzen bezeichnet, weil er in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit von DDR-Bürgern ja nicht gerade sonderlich freundlich oder, wie soll ich sagen, nicht besonders kulant ist. Also lassen Sie es mich mal so umschreiben. Ich bin ein Anhänger eines Satzes des amerikanischen Philosophen George Santayana. Er hat gesagt, wer sich des Vergangenen nicht erinnert, ist dazu verurteilt, es nur einmal zu erleben. Und dieses können Sie auf mannigfaltige Gegebenheiten unseres täglichen Lebens und der Gesellschaft hin insgesamt übertragen. Und deshalb sind 20 Jahre Aufarbeitung deutscher Geschichte, jüngere deutsche Geschichte, DDR, ein Fliegenschiss, gar nichts. Und die Aufarbeitung unserer längerfristigen deutschen Geschichte des vorigen Jahrhunderts, also Hitler, Nazi-Zeit, da sind 50, 60 Jahre genauso ein Fliegenschiss. Dieses wird hoffentlich unsere Gesellschaft auch noch in 100 Jahren nicht vergessen aufzuarbeiten. Weil in dem Moment, wo Sie es wegdrücken, ist die Gefahr, dass so oder ähnlich sich wieder etwas bemerkbar macht, viel, viel größer. Also ich finde es sehr gut, wenn heute junge Menschen in den Schulen dieses Thema sehr dezidiert bearbeiten. Einer meiner Söhne ist 19 Jahre alt. Er steht die DDR gar nicht mehr aus eigener Erfahrung. Aber der steht jetzt im Abitur. Und der hat dieses Thema DDR und deutsche längerfristige Geschichte, also Nazi-Zeit, sehr dezidiert in den Stundenblätten. Und wie die das abarbeiten in den Schulen, finde ich hervorragend. Ich habe das damals nicht gemacht, weil die Zeit, als ich so weit war, ganz anders war. Da hat man sich nicht getraut, die eigene Geschichte zu behandeln. Und das ist Gott sei Dank heute anders. Ich frage das deshalb nicht, weil ich jetzt hier den Nominierten madig machen will, sondern weil etwas auch wieder ganz Seltsames passiert ist. Bis gestern Abend gab es in der Presselandschaft der Republik und auch im Netz, in den Blogs und in den sozialen Netzwerken, eigentlich nur durchweg positive Reaktionen auf Gauk. Und seit heute Morgen auf einmal beginnen plötzlich die Mechanismen, dass Menschen hinterfragen, ist es überhaupt der Richtige? Und da kommt es zu ganz aberwitzigen oder ganz überraschenden Konstellationen wieder einmal. Die Frankfurter Rundschau zum Beispiel schreibt heute umfassend, was der Mann alles schon gesagt hat und warum der quasi damit sich schon bereits wieder halb disqualifiziert hat. Also was passiert denn da? Vielleicht will die Frankfurter Rundschau einen Heiligen haben. Ich meine, wir reden über Menschen mit einer Biografie und einer Entwicklung. Und an der Biografie und Entwicklung von Herrn Gauk kann man doch deutlich machen, und das sage ich mal, mein Heimatland ist Brandenburg. Ich war da während der letzten zwölf Jahre politisch tätig. Ich kann also genau beurteilen, was wir da noch für einen Nachholbedarf haben, um das aufzuarbeiten. Und ein Mann wie Gauk ist manchen mit Sicherheit ein Stachel im Fleische. Weil er sagt, jetzt hat er es so weit gebracht und jetzt hat er doch gewonnen. Es soll es doch auch stolz machen, dass wir einen ehemaligen Bürgerrechtler haben, der diesem totalitären System widerstanden hat, der dann der oberste Repräsentant unseres Staates und unseres Volkes wird. Und der so eine Zustimmung erfährt, im Vorwege. Ja. Und wisst ihr, was ich viel bemerkenswerter finde, ist, dass auf einmal nicht Stimmen hochkommen und sagen, jetzt haben wir ja zwei Ossis, einen Bundespräsidenten und eine Bundeskanzlerin, die beide aussehen. Das kann nur daran liegen, dass Sie nur Berliner Zeitungen lesen. Ich habe im Internet nicht gelesen. Aber im Rheinland, wo ich das nicht gelesen habe. Da muss ich Sie enttäuschen. Wird das auch direkt mit einer sehr ernsten Frage oder ernsthaften Frage verbinden. Wie gesagt, Sie stehen sehr stark für dieses konservative Profil noch und für der Union. Die Union war mal von ihrer Geschichte her eine Partei, die auch aus den Erfahrungen der Zersplitterung der konservativen Parteien während der Weimarer Republik gelernt hat, die eben nicht speziell einer Konfession angehörig sein wollte. Zentrumspartei, die Erfahrungen, die damit gemacht wurden, hat man bewusst beiseite gelegt, aber immer sehr stark geprägt war, jedenfalls noch zu den Zeiten, als es die Wiedervereinigung noch nicht gab. Vom rheinischen Katholizismus. Da ist ja nun gar nichts mehr. Oder, na gut, ich übertreibe ein bisschen. Sehr wenig von übrig geblieben. Das stört Sie jetzt nicht? Nein, mich stört es nicht. Das verstehe ich. Das ist vielleicht der Falsche, den ich frage. Aber unabhängig davon. Ich glaube, dass die Religionszugehörigkeit vor dem Hintergrund der allgemeinen Säkularisierung an Besoldung abgenommen hat. Ich kann mich nicht enttämen, als wir ins Rheinland zogen und unsere Kinder noch zur Schule gingen, da ging es mir ein bisschen evangelisch oder katholisch wegen der Schulen. Da gab es noch die konfessionsgebundenen Schulen. All das ist ja vorbei. Und das finde ich auch richtig. Ich finde es wichtiger, das ist meine Auffassung, dass wir nach wie vor in dem, was wir tun, in unserem Ethos, in unserem Pflichtgefühl, eine Verbindung zum Christentum haben. Und was sich daraus ergibt, aus der allgemeinen Verpflichtung, für die man Politik macht, wo man die Grenzen sieht. Und dass man auch demütig ist. Und Demut übt. Das, glaube ich, ist wichtig, ob man evangelisch oder katholisch ist. Da versuche ich es mal auf eine andere Art und Weise. Gibt es denn, gab es denn niemanden oder gibt es denn niemanden im Westen der Republik, der das Format hätte, sodass wir sowohl an der Spitze künftig als Bundespräsidenten und als Kanzlerin jemanden haben, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und evangelisch ist. Haben wir da niemanden anders? Also mit Sicherheit finden wir welche. Das war wohl nicht die Frage, die uns in den letzten Tagen berührt hat. Die Frage war, ob wir in dieser Situation, nach dem Vorlauf, jetzt jemanden haben, in Parenthese gesetzt, wie Gauck, der nicht Gauck heißt. Und da waren die Kriterien so, dass... Herr Foscheraum war doch gar nicht so ein schlechter Vorschlag. Ich könnte Ihnen auch ein paar CDU-Leute nennen. Oh, bitte, Huber. Ja, das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist, für mich, ganz subjektiv, Was hat sich in den letzten 20 Monaten geändert, als Herr Gauck ein Kandidat war, den ich unterstützt habe? Was ist in diesen 20 Monaten verändert worden, dass ich es heute nicht mehr tun sollte oder würde? Gar nichts. Wenn andere nun erkennen, ich meine das ganz positiv, jawohl, den wählen wir jetzt auch, dann ist das doch ein Prozess, den ich nur begrüßen kann. Aber Herr Dressler, Sie sind doch... Jetzt habe ich Sie als alten Fahrensmann hier ein... Das ist doch nicht freiwillig geschehen. Also das... Mit Herrn Gauck. Also die Erkenntnis, dass Herr Gauck der beste Kandidat war, befürchte ich, war doch kein Erkenntnisgewinn, der gestern Abend zwischen 18 Uhr und 20 Uhr gekommen ist, sondern das ist doch offensichtlich ein Erkenntnisgewinn aus einer reinen machtpolitischen Frage heraus gewesen. Also sehen Sie mal die Realitäten, keiner hat die Mehrheit. Und die Mehrheit... Naja, und Schwarz-Gelb... Ja, 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 die Mehrheit... Die zwei Stimmen sind keine Mehrheit. Das ist keine Mehrheit so. Also von daher gesehen, war man auf einen Kompromiss angebunden. Wenn man auf einen Kompromiss angewiesen ist... Mehrheit ist Mehrheit, hat mal einer gesagt. Ja, aber... Wir müssen es aber haben. Aber nicht bei der Wahl, meine Wahlfrauen. Das hatte Wehner damals gesagt. Nicht bei der Wahlfrauen, es waren 25 Stimmen, war keine Mehrheit mehr. Ja. Also von daher gesehen, muss man einfach eine Sachverhaltung zur Kenntnis nehmen. Keine der Volksparteien oder Parteigruppierungen, Koalition, hat die Möglichkeit, mit eigener Mehrheit einen Kandidaten durchzusetzen. Wenn das der Fall ist, kann man sich, nach dem, was jetzt passiert, im Rücktritt des Bundespräsidenten, sozusagen eine Hängepartie leisten und jemanden wählen, der im dritten Wahlgang mit Ach und Krach gewählt wird. Es geht darum, dass der neue Präsident eine Autorität hat, die auch ihn unterstützt, durch die Wahlmänner und Wahlfrauen ein überragendes Ergebnis. Von daher gesehen, war das der einzig logische Weg? Weiß ich nicht. Ich gebe mal eine Alternative. Es gibt ja bereits eine Deutschstoßlegende, sozusagen die FDP war es, die quasi sich klammheimlich aus der Verabredung verabschiedet hat, indem sie durch einen Beschluss, also nicht durch ein offenes Verfahren, sondern durch einen Beschluss entschieden hat, Kanzlerin friss oder stirb, sozusagen Koalition oder Gauk. Und das war schon, finde ich, ein bemerkenswertes Verfahren. Das spricht jetzt nicht. Ich beziehe mich ja nur darauf, auf das sozusagen Erkenntnisgewinn. Am Ende sind wir glücklich, dass wir alle den richtigen Kandidaten gefunden haben. Die Wahrheit ist, es war ein knallhartes Machtspiel. Ja gut, das habe ich ganz am Anfang ja bejaht. Das war aus meiner Sicht natürlich ein Machtspiel. Ich sage nur, nachdem das Machtspiel zu Ende war, gilt es für mich festzustellen, wer hat denn nun gewonnen? Nicht Frau Merkel hat gewonnen, nicht Herr Gabriel hat gewonnen. Ja. Sondern gewonnen hat die politische Kultur. Ja. Und der zukünftige Präsident, das unterstelle ich jetzt, der mit dieser Deckung im Rücken vorher seinen Job viel leichter antreten kann, als es Herr Wulff übrigens konnte. So, und diese Voraussetzung, die betrachte ich positiv. Dann stellt sich für mich die Frage, wird denn Herr Gauk mit den gleichen Maßstäben gemessen werden müssen wie Herr Wulff? Also, oder gibt es jetzt, er hat gestern gleich gesagt, ich sage euch gleich, ich bin nicht fehlerlos und ich bin kein Superman und bitte verzeiht mir die Fehler. Das hätte Herr Wulff ja möglicherweise auch sagen können, nur ich befürchte, er hätte es nicht so nett gesagt und vielleicht hätte man es ihm auch einfach nicht durchgehen lassen. Die Fehlerquote im Nachhinein hätte ihn dann auch schlimm eingefangen. Also die Frage ist, werden wir den neuen Präsidenten jetzt mit den gleichen Maßstäben messen, wie wir es bei Herrn Wulff gemacht haben? Da bin ich absolut sicher, dafür soll ich der Artikel 5 unserer Verfassung, nämlich die Pressefreiheit, da bin ich absolut sicher. Da gibt es nichts, das werden die schon kontrollieren, unabhängig von den Parteien, die möglicherweise dann Zurückhaltung wahren werden, weil sie ja alle ihn gewählt haben. Also da wird der Journalismus für sorgen, wenn da was passiert und aufdeckungsfähig ist, dass das auch aufgedeckt wird. Aber ich kann nur eins sagen, ich hoffe, dass Maßstäbe angelegt werden, die auch sich im Bereich der Verhältnismäßigkeit bewegen. Und das ist ja ein Thema, was bei der Politik sehr schnell geschieht. Wenn Sie als Pflegegeld was machen, das können Sie als normaler Bürger eher machen. Das wird Sie nicht so einholen, als wenn Sie in der Politik sind. Als Bundespräsident, den holt das alles ein. Von daher gesehen, wer dieses Amt annimmt, muss wissen, wo er sich bewegt. Das ist die nächste Frage, die heute schon überall gestellt wird. Also über den Fall Wulff will keiner mehr reden, das ist jetzt auch irgendwie rum. Aber eines ist ja bemerkenswert gewesen, einem solchen Trommelfeuer über Monate Stand zu halten, ist ja geradezu schon, ich weiß gar nicht, welchen Ausdruck ich dafür finden soll. Ich gebe an, Sie müssen schmerzfrei sein. Genau. Also man muss komplett schmerzfrei sein, um das auszuhalten. Jetzt stellt sich die Frage, was wir ja offenbar gleich alle an Herrn Gauck mögen, auch an dem Auftritt gestern, könnte ja möglicherweise wieder dazu führen, dass man einen Kandidaten hat, der vielleicht zu sensibel ist, um einem solchen Trommelfeuer. Ich sage das deshalb, weil im Gegensatz zu den Printmedien, wohl da fängt es ja heute, habe ich ja gesagt, auch schon an, man im Netz bereits massiv gegen die Kandidatur vorgeht. Es gibt Blogs und es gibt ganz viele Äußerungen der Netzgemeinde. Die Piratenpartei hat angekündigt, möglicherweise einen eigenen Kandidaten zu finden. Ja, das wird mich aber schwer beeindrucken. Ja, ja. Fragen Sie mal Herrn Guttenberg. Soll das der Kandidat sein? Nein, das nicht. Aber fragen Sie mal Herrn Guttenberg, was die Macht des Netzes anbelangt. Also die Frage, inwieweit man einer solchen Netzöffentlichkeit auch das aushalten muss, das wird nicht einfach werden. Ja, würde ich Sie fragen, wollen wir denn sagen, die Aufgabe ist so schwer, dass sich kein Mensch wahrnehmen kann? Nein, ich frage Sie ja. Ja, nein, ich kann nur sagen, wer dieses, Truman hat mal gesagt, wer in die Küche geht, muss Hitze abkönnen. Wer in die Politik geht, muss es auch abkönnen. In bestimmten, in bestimmten Maßen irgendwo, wo die persönliche, ja, Würde oder Ehre beschnitten wird. Das ist klar. Mir ist auch schon oft gesagt, ich soll mein Gehirn untersuchen lassen, weil ich dies oder jenes gesagt habe. Gut, da wird morgen der Fisch drin eingegeben in der Zeitung. Damit kann man umgehen, will ich mal sagen. Das haben wir auch erlebt. Von daher gesehen, aber wer wie Gauck jetzt aus einer allgemeinen Lobeshöhe kommt, kommt jetzt in die Ebene. Und da wird der Wind eisig erwähnen. Ich kenne Horst Köhler sehr gut, der war Kollege von mir als Staatssekretär. Ich dachte, er ist etwas stabiler gewesen. Ich habe es nicht verstanden, dass er zurückgetreten ist. Aber er muss seine Gründe gehabt haben. Und von daher gesehen, Es gab zwei, drei kritische Artikel und drei, vier Nachfragen. Ja, aber ich glaube, ich glaube, Gauck weiß, worauf er sich einlässt, sonst hätte er es nicht gemacht. Er ist ja ein kluger, intelligenter Mann. Da, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, keine Kugel-Dies-Tränen. Wir sollten uns freuen, wenn er gewählt wird. Okay, gut. Ja, noch ist er es ja nicht. Das ist ja vielleicht der Kandidat der Piratenpartei gewählt. Nein, Gott sei Dank ist es ja ein demokratisches Verfahren. Da kann man ja noch... Offen, transparent. Herr Gauck zum Beispiel, also ich zitiere mal, was da in der Netzgemeinde schon kritisiert wird, weil das ja schon spannende Fragen sind, wo wird es möglicherweise hingehen mit diesem Präsidenten? Es wird kritisiert, er sei für die Vorratsdatenspeicherung. Das ist jetzt nur etwa ein Thema, wo die FDP eigentlich ehrlicherweise hätte sagen müssen, das ist jetzt nicht unser Mann. Das wird zum Beispiel kritisiert... Hat aber für die FDP offensichtlich keine Rolle gespielt. Erstaunlich. Das habe ich... Ich will es ja nur verstehen. Das kann ich ja dann wiederum nur begrüßen, dass auch die FDP über einen politischen Schatten gesprungen ist. Und so ist es bei der SPD übrigens genauso. Ja, Sarrazin... Die Europäische Union ist auch für Vorratsdatenspeicherung. Nebenbei bemerkt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und die Frage, die Sie... Gut, da muss ich es jetzt doch an der Stelle schon machen, weil wir schon mal an der Stelle sind. Auch das wurde heute schon bereits angedeutet. In der Union ist man offenbar doch vergleichsweise so verärgert über das Verhalten der FDP, dass man gesagt hat, und eins im Sinn, und man sieht sich immer zweimal, ich glaube, das war sogar ein wörtliches Zitat. Und das Thema Vorratsdatenspeicherung könnte zum Beispiel das nächste Thema sein, wo man sich auch plötzlich mal Mehrheiten suchen könnte, jenseits der FDP. Ja. Gut, das... Ich bin nicht mehr im Präsidium, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin sicher, dass die Bundeskanzlerin klug genug ist, das zu entscheiden, was die Koalition zu Ende zusammenhält. In der Euro-Krise all den Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben, darum sehe ich das mit einer gewissen Gelassenheit. Das ist so ein bisschen Getümmel. Also das ist ja die interessante Frage, die heute sozusagen kolportiert wurde, die von den Grünen auch sehr stark nach vorne getragen wurde. Wie war der Ausdruck? Irgendwie im Kalten Krieg war es irgendwie wärmer als irgendwie zwischen den Koalitionspartnern. Das ist ja auch eine interessante Formulierung. War es gemütlicher, man muss es wieder feindeln. War das gestern, war das gestern, unabhängig aller Befragungen und demoskopischen Befragungen, war das gestern der Anfang vom Ende dieser Koalition oder ist es wirklich ein Schlachtenrauch, der irgendwie in einer Woche vergessen ist? Also ich tippe auf das Zweite. Ich sage Ihnen auch warum. Mein Eindruck war, dass nicht nur bei der CDU, sondern auch bei weiten Teilen der SPD die Meinung vorherrschte, die FDP ist so kaputt, dass die CDU, also Merkel jetzt, mit ihr machen kann, was sie will. Auch in der Sache Präsident. Und nun hat die FDP in einer Situation gestanden, wo sie wirklich nach dem Grundsatz alles oder nichts operieren musste. Und dieses hat offensichtlich Frau Merkel unterschätzt. Ich hätte das nebenbei auch unterschätzt. Dass es so tief ging, habe ich nicht gedacht. Als ich dann hörte, die FDP hat einen Präsidiumschluss da habe ich gedacht, mein lieber Mann, die sind fertig. Sonst hätten sie das nicht gemacht. Und so, jetzt haben sie also mit diesem Präsidiumsbeschluss, ich sage mal, die Kurve gekriegt und die Frau Merkel ist klug genug, dieses nicht weiter zu thematisieren. Das ist meine These. Also was ich spannend finde, ist wirklich das Verhalten der FDP ist insofern spannend, die FDP ist von Teilen dieser Bundesregierung ja häufiger mal, ja gedemütigt ist so ein hartes Wort, aber das ist sehr viel netter, das wäre mir nicht eingefallen, sagen wir mal düpiert worden. Man hätte eine Steuerreform machen können, wenn man heute sieht, wofür Geld da ist, die der FDP vielleicht einigermaßen eine Gesichtswahrung ermöglicht hätte. Die FDP hat aber nicht, ist nicht auf die Idee gekommen zu sagen, das ist für uns ein so wichtiger Punkt, dass wir sagen, so oder die Koalition ist zu Ende. Man hat bei der Euro-Rettung die FDP an den Rande dessen gebracht, was man eine Zerreißprobe nennt, oder tatsächlich eine Zerreißprobe ausgesetzt. Die FDP hat nicht gesagt, das ist ein Thema, entweder ziehen wir das durch oder die Koalition ist zu Ende. Mindestlohn. 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 Aber an dem Thema Bundespräsident, das ist doch einigermaßen überraschend. Ich hätte es auch nicht geglaubt. Ja, aber was heißt denn das in der, wir interessieren uns ja ein bisschen über den Tag hinaus, was wird daraus folgern? Ist das eben am Ende doch eine Absetzbewegung? Hat Herr Brüderle dort eine andere Richtung vorgegeben? Ist das möglich? Will sich die FDP anderen Konstellationen, anderen Überlegungen öffnen? Das glaube ich nicht. FDP hat auch erkannt, dass sie mit Gauck, der von der CDU beim letzten Mal abgelehnt wurde, aber den die CDU nicht ablehnen konnte, auch Frau Merkel nicht, hat sie auch mehrfach gesagt, dass sie Gauck schätzt, dass sie damit zeigen konnte, dass sie noch dabei ist und mit entscheidet. Darum ging es ihr doch. Und dadurch hat sie das Schrittmaß vorbestimmt, hat sie gesagt, wir sind für Gauck. Und da war die CDU im Grunde genommen in der Situation, dass sie sagen musste, ja, wir waren auch dafür. Nur ihr wart schneller sozusagen. Also von daher gesehen, war das ein kalkuliertes Darstellung der eigenen Position, um auch der CDU zu zeigen, wo die Grenze liegt. Aber in den Sachfragen, die Sie genannt haben, ist es ja sehr viel schwieriger, wenn sich da nicht einig, wird es geschoben oder es führt zum Crash. Und wenn man einmal mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt hat, dann ist das Ende der Koalition erheblich. Aber das ist bisher nicht der Fall. Sie haben auch keine Wahl. Objektiv vor der nächsten normalen Bundestagswahl können beide Parteien nicht in einen Wahlkampf ziehen, weil sie vom heutigen Standpunkt aus gesehen nur bis dahin zusätzlich etwas gewinnen können. Und wenn Sie jetzt dieses machen, das ist sozusagen, ich sage mal, kalkulierter Selbstmord. Ja, aber es gab ja ganz interessante Spekulationen hier in Berlin gestern über den ganzen Tag, ganz aufgeregte Gefechtslage hier. Unter anderem auch die Idee, dass die FDP ganz bewusst einen Koalitionsbruch herbeiführen möchte, um sich überhaupt in eine Position wieder zu bringen, bei der nächsten Bundestagswahl mehr als, wo sind wir gerade, 2, 3, 2,5 Prozent zu erzielen. Also sprich, mit einer Absetzbewegung aus dieser Koalition heraus überhaupt das Überleben zu sichern. Halten Sie alles für wahr. Aber das muss aber ein Thema sein, das sich lohnt. Was der Bürger versteht. Also das war kein Thema. Der Bundesrepublik ist kein Thema, wo der Bürger sagt, na endlich sagen Sie mal was. Das müssten andere Themen sein. Die muss die FDP aber finden. Ich will sie nicht geben. Jetzt wurden auch heute bereits große Bedenken geäußert, dass die Linkspartei nicht mit dabei sitzen durfte. Und viele haben gesagt, es sei ein Fehler, es sei nicht ein Fehler gewesen. Gab es eine berechtigte Hoffnung, dass die Linkspartei Herrn Gauck unterstützt? Nein, die gab es nicht. Aber es gab eine berechtigte Hoffnung, dass ein parteiübergreifender Konsens mit einer Partei, die Linke, die im Osten Volkspartei ist, nicht als ausgegrenzte parlamentarische Kraft behandelt wird. Bei mir gab es diese Hoffnung. Die hätten den Gauck auch dann nicht gewählt, wenn sie dabei gewesen wären. Sie hätten nicht mitgemacht. Aber der Vorwurf, ihr habt sie ausgegrenzt, und zwar eine solche Menge, 30% Wähleranteil im Osten, ist für mich völlig inakzeptabel. So was macht man nicht. Aber gut, das ist Frau Merkels Problem, nicht mein Problem. Die Linke hat jetzt, nachdem das entschieden ist, das nächste Problem, denn sie macht jetzt den Sandkasten auf und spielt weiter. Die kann ja Klaus Töpfer vorschlagen, oder einen derjenigen, die die CDU gerne gehabt hätte. Töpfer wird aber nicht kandidieren, sondern, so wie ich ihn kenne. Nee, auch Heinz Stöpfer. Ich fürchte auch, er macht da nicht mit bei dem Spiel. Interessant allerdings ist auch, finde ich, dass die Piratenpartei, eine Partei, die möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl auch nochmal eine Rolle spielen könnte, dass die sozusagen spricht von einem Kandidaten, der nicht mehr in die Zeit passt. Und da ist ja auch eine interessante Diskussion entstanden, die gab es schon vorher. Wulff sollte diese neue Zeit mal repräsentieren, also ein junger Kandidat mit einer jungen Frau nah am Leben, der weiß irgendwie, was ein Hashtag ist, der weiß was... That's work. Genau. Und das ist auch eine interessante Frage, die müssen wir unbedingt auch noch klären, wer First Lady wird. Und jetzt hat man einen genommen, der eben wieder für Erfahrung, für Lebenserfahrung, für etwas steht, was, ja, Haltung, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, ist es das richtige Signal an eine Gesellschaft, die altert und die sozusagen den Zugang zu den Jungen finden muss? Also ich, wenn man sich überlegt, die Themen, vor denen wir stehen, das ist das ganze Thema Europa. Das ganze Thema Demografie ist ja eine riesige Frage, die auf uns zukommt, dann daraus die ganzen Folgewirkungen, Sozialwirkungen und dann, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Und da denke ich schon, dass ein älterer Mitbürger, dass ein Mann wie Gauck das gut kann. Und wenn die Piraten sagen, er ist aus der Zeit gefallen, ich vermute mal, dass meine Generation bei den Piraten aus der Zeit gefallen ist, ich vermute alle 50 plus sind aus der Zeit gefallen, aber allein die Betrachtung zu sagen, ein Mann ist aus der Zeit gefallen, er lebt in unserer Zeit und bringt seine Erfahrungen ein. Und der letzte Punkt ist... Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Original zitiert, aber ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Okay, gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, für mich ist ein anderer Punkt wichtig, in einer Zeit so große Herausforderungen wechselst. Die Menschen bleiben gleich. Die Menschen haben sich seit der griechischen Tragödie nicht geändert. Sie können die griechischen Tragödie heute lesen, das gibt es heute wie damals. Das heißt, die Lebenserfahrung im Umgang mit Menschen ist durch nichts zu ersetzen. Und darum bin ich persönlich der Auffassung, dass es gut ist, wenn ein Bundespräsident, der über den Parteien steht, der eine ausgleichende Funktion hat, der Lebenserfahrung, Autorität mitbringen soll, wenn er zu den Älteren mit Bürgern gehört. Jetzt hat man einen Kandidaten gefunden. Der überwiegende Teil der Bevölkerung wie der politischen Klasse ist glücklich. Die Bild-Zeitung ist auch glücklich. Ganz, ganz, ganz viele, ganz viele Dinge kommen hier zusammen. Wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ein anderes Verfahren zu finden, wie man künftig wieder einen Kandidaten findet, der alle oder die meisten glücklich macht? Sprich, ist dieses Verfahren, wie wir es bisher haben, wirklich das geeignete? Oder sollte man nicht doch auch ein Stück Demokratie wagen und den Bundespräsidenten künftig aus einer Fülle von Kandidaten auswählen? Ich wage eine Prophezeiung. In einer direkten Wahl. Ich wage eine Prophezeiung. Wenn die Ära Gauck als Präsident erfolgreich ist, wird bei der nächsten Wahl keiner mehr darüber reden. Wenn sie nicht erfolgreich wäre, werden wir dieses Thema neu bekommen. Bis zur Wahl von Herrn Köhler hat kein Mensch darüber geredet. Ich bin ein Anhänger der parlamentarischen Demokratie und ich bin ein Gegner der Präsidialdemokratie. Wenn wir diese Präsidialdemokratie wollen, wie in Frankreich zum Beispiel oder in den Vereinigten Staaten, dann müssen wir unsere Verfassung ändern. Und diese Verfassung, glaube ich, ist so gut, die wir haben, dass sie von den heutigen Parteien nicht mehr geleistet würde, wenn sie sie neu formulieren könnten oder müssten. Ja, aber warum... Und deshalb bin ich der Auffassung, es so zu belassen. Wir haben doch so gute Präsidenten gehabt mit dem System, was wir haben. Ja. Und weil wir jetzt zweimal, ich sage mal, ins Klo gefasst haben, ja, mit den Wahlen... Das wusste man übrigens bei beiden Fällen auch nicht vorher. Richtig. Dann sage ich, daraus jetzt die Verfassungsdebatte zu führen, sie musste jetzt verändert werden. Das ist nämlich die Konsequenz. Hielt sie ich für zu früh. Stimme ich ausführlich zu. Warum gibt es so wenig Verfassungspatriotismus dann in dem Land und warum interessieren sich immer weniger Leute... Nein, das kann man, glaube ich, gar nicht mal sagen, dass sie sich weniger für Politik interessieren, aber dass sie den Parteienstaat immer weiter ablehnen. Woran liegt denn das? Liegt das jetzt nur irgendwie... Sie haben bei Ihrer ersten Frage zu diesem Thema, glaube ich, einen Gedankenfehler gemacht. Sie haben gesagt, der von allen akzeptiert ist. Das Ergebnis einer Wahl kann nicht ein Mann oder eine Frau sein, die von allen akzeptiert wird. Die Demokratie lebt vom Gegensatz und von dem Kampf darum, welche Lösung oder welche Persönlichkeit nach Auffassung der Mehrheit der Bevölkerung die beste Lösung bringt, und so weiter und so fort, was damit zusammenhängt. Von daher gesehen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen Präsidenten wählen, der sozusagen nicht aus einer Abstimmung hervorgeht, sondern irgendwie anders, Konsens, glaube ich, wird nicht funktionieren. Zum Zweiten... Es müsste Wahlkampf stattfinden. Bitte? Ja, ja. Es müsste ein Wahlkampf um den Präsidenten stattfinden. Das ist ja das, was wir nicht wollen. Aber jetzt, ich würde das auch mal sagen. Was mich etwas bedrückt ist, dass die Unterschiede zwischen Parteien immer geringer wahrnehmbar sind für die Bürger. Wir haben zu wenig Auseinandersetzungen. Und dann kommen frische Entscheidungen, die sind dann ohne Alternative. Und worüber sollen die Bürger sich eigentlich interessieren? Die sagen, wieso ist sowieso ohne Alternative? Wo ist der große Unterschied in Sozialfragen zwischen SPD und CDU? Die Fachleute kennen das Kleingedruckte, aber wahrnehmbar ist das nicht mehr so. Und dann kommen die Leute, wofür eigentlich noch zur Wahl gehen? Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die deutlicher sagt, die Wahlbeteiligung hat ja auch deswegen abgenommen. Aber woran liegt es denn? Also wenn man jetzt fies sein wollte, könnte man sagen, am Anfang der rot-grünen Regierung hatte man nicht mit so etwas wie Hartz IV gerechnet. Und am Anfang der schwarz-gelben Regierung hatte man nicht zwangsläufig mit so etwas wie Atomausstieg gerechnet. Also möglicherweise liegt es ja auch einfach daran, weil es der Politik immer seltener gelingt, das, was sie gerne möchte und ankündigt, auch durchzuhalten. Und auch zu erklären. Und was sie macht, zu erklären. Ich glaube, wie bei Atomausstieg, ich habe es für falsch gehalten. Aber das ist jetzt gar nicht wichtig. Sie sind aber richtig dissident. Sie waren für Gauck, Sie sind gegen den Atomausstieg. Nein, ich habe die Art und Weise, wie es gemacht wurde, für falsch gehalten. Ich bin für abschaffende Wehrpflicht, aber wie es gemacht wurde, war ich auch für falsch gehalten, weil vieles nicht kommuniziert wurde. Es kam hoppla hopp aus dem Busch mit all den Schwierigkeiten. Ich glaube, Politik erklärt nicht genug die Sinnhaftigkeit. Europäische Rettungsschirmen. Unterhalten sich da mal mit Leuten auf der Straße, wenn ich mich nur mit meinen Freunden unterhalte, allgemeine Ratlosigkeit. Alle sagen, ohne Alternative ist das aber richtig. Wir müssen uns alle darum bemühen, mehr zu vermitteln, aber auch mehr nachzufragen und uns mehr zu informieren. Ist das eine Rolle? Ist das eine Rolle für einen Bundespräsidenten als Mittler zwischen politischer Klasse und Bürgern? Bürgerpräsident ist ja da jetzt so ein Stichwort, das genannt wird. Oder muss der gerade im Gegenteil einer sein, der quasi noch einmal den Regierenden, aber auch der Opposition, also der politischen Klasse wirklich auf die Finger guckt und möglicherweise auch auf die Finger haut? Haben frühere Präsidenten gemacht, viele gemacht und wird auch in Zukunft wieder so sein, dessen bin ich mir sicher oder glaube mir sicher sein zu dürfen bei Gauck, dass das so ist. Und zwar Dinge, die mir dann möglicherweise auch nicht schmecken, aber genau das möchte ich. Das kann ich da nicht kritisieren. Okay. Ja, das war das Schlusswort. Wir werden alle gespannt sein, erst mal wie die Wahl ausgeht. Ich glaube, hochwetten dagegen sollte man glaube ich im Moment nicht. Das ist wahrscheinlich weniger klug. Und wir werden alle sehen, wie er ja mit dieser Medienmeute hier in Berlin klarkommt und wir werden sehen, wie er seine Akzente setzt. Ich glaube, wir alle sind froh, dass zumindest das Thema, dass die Hoffnung besteht, dass sich das Thema irgendwann einmal vielleicht wieder normalisiert. Vielen Dank Ihnen beiden hier für die Erfahrung und für die... Schnell. Ja, das waren 43 Minuten oder 44, die sind dann doch schnell rumgegangen. Vielen Dank dafür und Sie bleiben bitte bei Phoenix. Schönen Abend. Applaus Vielen Dank.